Schreien ist erlaubt, schreien ist erlaubt, schreien ist erlaubt. Und wenn Sie einzählen hilft, dann sagst du Bescheid einfach. Ich stehe gerade bis zum Herzen. Das ist richtig, da fühlst du es genau nicht. Nein, mir wird schon ein bisschen schwindelig. Ja, das passt schon. Das meinst du nur, das ist normal. Das ist die alte Runde. Aber 10 ist nicht schlecht. Also es kann schon helfen, wenn man einzählt. 3, 2, 1. Das geht nicht. Okay. Es gibt ja Kontrollfluss, das geht jetzt. Oh Gott! Es ist krass! Oh Gott! Oh Gott! Das ist so schön hier! Vielen Dank.